Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse vom FC Schalke 04. Dort ist ja die aktuell sportliche Situation immer noch angespannt und trotzdem geht natürlich auch der Blick über den Tellerrand hinaus, über die Saison hinaus auf die Kaderplanung der Zukunft und dort schauen wir heute mal auf diejenigen Spieler, deren Verträge am Ende der Saison auslaufen und da ist bei Schalke wirklich sehr viel zu besprechen. Denn gleich elf Verträge laufen aus, der nächste große Kaderumbruch steht somit vor der Tür und wir blicken heute mal darauf, welche Verträge möglicherweise verlängert werden, wer aber vor allem auch Schalke verlassen kann und wie die aktuellen Tendenzen so aussehen. Also, wir blicken auf die Frage, wer verlässt Schalke durch das Vertragsende 2024? Bevor wir mit dem ersten Kandidaten, und das ist es, Cedric Bruner loslegen, ganz kurz die Info für euch. Ich habe das Video vor dem Heimspiel gegen Elversberg aufgenommen. Vielleicht konnte man auch dadurch nochmal ein, zwei Tendenzen erkennen, aber ich denke mal, das sollte soweit auf jeden Fall passen. Also, kommen wir zu Bruner, der ja in der Rückrunde der abgelaufenen Bundesliga-Saison wirklich gesetzt war und ein wichtiger Bestandteil des Teams war. Und auch deswegen sollte er in der zweiten Bundesliga zum Führungsspieler werden. Er war ja sogar auch ein Kandidat für das Kapitänsamt und ging auch als Stammspieler unter Reis in die Saison. Seit Ende September fehlt er allerdings verletzungsbedingt und somit hat er insgesamt schon acht Pflichtspiele verpasst. Durch die Systemumstellung gibt es auch seine Paradeposition als rechter Verteidiger einer Viererkette nicht mehr. Er könnte aber natürlich wohlmöglich nun in die Dreierkette rutschen. Ich glaube, das kann für ihn sogar nochmal besser passen, weil er sich dann umso mehr auf seine guten Defensivqualitäten beruhen kann. Trotzdem muss er aber natürlich jetzt auch erstmal seine Verletzung in den Griff bekommen. Und ich kann mir auf jeden Fall hier vorstellen, dass es ganz gut möglich ist, dass man im Sommer tatsächlich getrennte Wege geht. Und Schalke auf der Position sowohl Rechtsverteidigung, rechter Schienenspieler, rechter Innenverteidiger vermehrt auf junge Spieler baut und somit vielleicht auch das Kapitel mit Cedric Brunner enden wird. Generell spielt diese Altersstruktur in den Planungen von Schalke eine Rolle, vor allem eben auch hier bei den auslaufenden Verträgen. Man will vermehrt auf junge Spieler bauen, Kaderwert spielt dort eine wichtige Rolle, dann muss man es aber eben auch mal durchsetzen. Und Danny Latzer gehört mit seinen 33 Jahren natürlich auch zu denjenigen, wo man dann ganz genau gucken muss, was macht Sinn, was vielleicht auch nicht. Der Ex-Kapitän ist aktuell der Rotationsspieler, würde ich sagen, und sorgt ja in Nürnberg für den sehr wichtigen Siegtreffer. Von Trainer Karel Gerrerts gab es auch schon Lob für ihn. Eine Zukunft auf Schalke ist meiner Meinung nach aber trotzdem schwer vorstellbar. Ja, Latzer lebt den Klub, ist ein wichtiger Typ, sicherlich auch für die Mannschaft. Aber aufgrund seiner vielen Verletzungen scheint für mich auf jeden Fall eine Mitarbeiterrolle nach der Saison passender für ihn zu sein und vielleicht auch die richtige Möglichkeit für alle Beteiligten. Ganz anders ist die Ausgangslage wiederum bei Yusuf Kabadahi. Denn hier haben wir zum allerersten Mal jetzt auch einen Leihspieler, denn auch das gehört in dieses Video hinein. Und wir haben mit seinen 19 Jahren auch ein junges Talent, also mal einen jungen Spieler, über den wir hier sprechen können. Der Flügelspieler kommt ja bislang auf acht Zweitligaspiele und zwei Tore. Überzeugt vor allem mit dem unbedenklichen Willen, alles hinzukriegen, alles schaffen zu können. Er gibt immer alles, haut alles rein und bringt vor allem auch mal spielerische Qualitäten mit im 1 gegen 1. Wenn es vor allem auch die Schalke guttun. Klar, er ist das ein oder andere Mal noch ein bisschen zu verkopft, ein bisschen zu vielleicht eindimensional in seinen Aktionen. Vielleicht nochmal ein Pass besser wäre als eine Einzelaktion. Aber das sind Fähigkeiten, die Schalke helfen. Und wir reden hier über einen jungen Spieler, der sich logischerweise auch noch entwickeln soll und Fehler machen darf. Seine Paradeposition, die gibt es allerdings im System von Gerrard so nicht mehr. Möglich aber, dass er als Schielenspieler oder zweite Spitze mittelfristig funktionieren wird. Kann ich mir bei ihm auf jeden Fall von seinen Anlagen her ganz gut vorstellen. Der gebürtige Münchner steht im FC Bayern unter Vertrag. Teil des Live-Vertrags ist aber auch eine Kaufoption im Bereich von, wie man hört, einer Million Euro. Also durchaus im Marktwertbereich. Und deswegen ist für mich hier auch die Perspektive relativ klar. Überzeugt Kabadahji auch weiterhin, erkennt man auch weiterhin, dass er mit ihm wirklich was machen kann in Zukunft. Und holt eben auch Gerrards bereits viel aus seinem Potenzial raus. Dann ist eine Festverpflichtung auf jeden Fall ein wirklich gutes, logisches Szenario auf dieser Position. Um eben auch diese Spielertypen, diese Leute zu haben. Und die eben auch dann diese Rolle von Kabadahji einnehmen können. Da kann es auf jeden Fall nicht schaden, einen solchen jungen Spieler zu haben, den man dann eben auch bereits kennt. Den man dann weiter fördern kann. Und ich denke mal, wenn man dann ein bisschen Transair-Budget zur Verfügung hat, kann das auf jeden Fall passen. Der nächste erfahrene Spieler, das ist Dominik Drexler mit seinen 33 Jahren. Auch er gehört ja zur Aufstiegsmannschaft. Ähnlich wie zum Beispiel Danny Latza vorhin. Ist ein Führungsspieler und sammelt sowohl in der Startelf als auch mal dann von der Bank als Rotationsspieler Einsatzminuten. Und das auch nicht zu wenig. Denn Drexler bringt Ruhe in Schalkers Spiel. Ich finde, das kann man schon auch nochmal hier so betonen. Ist ein auch durchaus cleverer Spieler, der Räume erkennt und kann damit auch weiterhin Schalke helfen. Deswegen würde ich zumindest mal eine erneute Verlängerung um ein Jahr nicht ausschließen. Sehe ich auch deutlich realistischer als zum Beispiel bei Danny Latza. Es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie seine weitere Saison verläuft. Was er vielleicht auch machen möchte nach dieser Saison. Und eben auch auf der anderen Seite, welche Rolle Schalke ihm anbieten will. Ansonsten einjährige Verlängerung. Er dann auch als Rotationsspieler. Fände ich gar nicht mal so verkehrt. Denn natürlich geht es bei Schalke auch darum, junge Spieler Raum zu geben. Jungen Spielern Chancen zu geben. Erfahrene brauchst du aber auch. Und irgendwo dazwischen, zwischen jungen Talent und erfahrenem Spieler, haben wir dann auch Blendi Idrissi. Und hier ist es auf jeden Fall relativ einfach. Denn der 25-Jährige spielt auch unter Karel Gerrerts. Keine Rolle darf den Verein auch deswegen bereits im Winter verlassen. Eine Vertragsverlängerung im Sommer wäre somit auch ein großes Wunder. Ich finde es etwas schade, dass Idrissi so gar keine Chance bekommt. Vielleicht kommt das noch unter Gerrerts. Je nachdem, wie es sich jetzt auch im Zentral-Mittelfeld so entwickeln wird. Welche Spieler sind fit, welche Spieler fehlen. Aber ganz klare Tendenz ist hier auf jeden Fall, Idrissi wird Schalke verlassen. Dienstältester Schalker, wenn man jetzt mal nur den Profikader beachtet und zum Beispiel ein Talent wie Oedra Ogo rausnimmt, jetzt haben wir es, ist Michael Langer. Denn bereits seit 2017 ist er als dritter Keeper ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Langer hat auf Schalke wirklich alles miterlebt. Sowohl Vizemeister, Champions League, dieser krasse Abstieg 2021, Wiederaufstieg, erneuter Abstieg. Also Michi Langer kennt auf Schalke wirklich alles. In der aktuellen Saison hat er ja auch sogar dreimal gespielt. Und ich glaube, das kann man so auf jeden Fall sagen, an seinen Leistungen gab es nichts zu kritisieren. Parallel absolviert ja Langer auch ein Trainee-Programm und er soll dem Verein auf jeden Fall deswegen auch nach Karriereende erhalten bleiben. Und so wie sich Langer auch weiterhin gibt, als wirklicher Führungsspieler auch in der Mannschaft, als einer der vorweg geht und er auch weiterhin im Tor funktioniert, würde ich seinen Vertrag auf jeden Fall nochmal verlängern. Es gibt ja dann oftmals so ein bisschen die Diskussion darüber, ja wofür braucht man denn einen erfahrenen dritten Keeper? Verbaut man nicht dadurch vielleicht ein Talent aus der eigenen Jugend den Weg in den Profibereich? Das sehe ich nicht. Denn ist ein Talent so weit, dass er in der Profimannschaft helfen kann, beispielsweise wie jetzt auch Justin Hegeren, dann wird es Chancen bekommen und da wird nicht der dritte Keeper automatisch spielen. Und deswegen finde ich das Argument nicht passend oder nicht treffend. Michi Langer ist als erfahrener Keeper hintendran auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, überzeugt sportlich, wenn er helfen muss und ist ein guter Typ. Also nochmal Vertrag verlängern, trotz 38 Jahren, warum denn nicht? Marcin Kaminski stand ja bislang, zumindest mal vor dem Elversbergspiel, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jetzt immer noch so ist, in jedem Spiel in der Startelf hat keine Sekunde in der zweiten Bundesliga verpasst und ist somit rein faktisch gesehen die Konstante in der Abwehr. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen über seine Qualität und deswegen ist es für mich hier jetzt auch schwierig zu beurteilen, wie es mit dem 31-Jährigen weitergeht. Denn als Typ finde ich ihn immer noch wirklich gut. Er passt sehr, sehr gut zum Verein, ist Vizekapitän. Als Fußballer sehe ich ihn aber eigentlich in der kommenden Saison nicht mehr als Stammspieler. Also weil Schalke einfach in der Innenverteidigung mehr Tempo braucht, mehr grundsätzliche Qualität, ist vielleicht auch deswegen nach der Saison ein guter Zeitpunkt Kaminski ziehen zu lassen. Vielleicht könnte man ihn als Backup ähnlich wie mit Drexler zum Beispiel verlängern, das sehe ich aber dann sogar nochmal einen Ticken kritischer. Ich glaube, den Vertrag auslaufen zu lassen, kann hier auf jeden Fall die richtige Möglichkeit sein. Neben Kabadaghi ist ja Niklas Tauer, der zweite Schalker Leihspieler. Im Winter wurde er von Mainz geholt und aufgrund seiner defensiven Flexibilität bringt Tauer auch grundsätzlich viel mit. Denn er kann eben sowohl als Sechser, als Innenverteidiger, als rechter Verteidiger funktionieren. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal gut im Kader zu haben. Und trotz guter Ansätze bekommt allerdings der 22-Jährige kaum Chancen, sich mal langfristig auf irgendeiner Position festzuspielen. Und so profitiert am Ende halt niemand von dieser Laie. Mainz nicht, Tauer nicht und auch Schalke nicht. Und deswegen ist auch ein Abgang im Sommer das sehr wahrscheinliche Szenario. Eine wirklich sehr, sehr spannende Personalie in diesem Video ist Keke Top. Denn er gilt ja als Top-Talent auf der Stürmerposition. Wir haben hier mal wieder einen groß gewachsenen Mittelstürmer, gepaart aber auch mit guter Füßes, mit gutem Tempo und auch der Fähigkeit, wirklich den Ball gut an- und mitzunehmen. Über Kurzeinsätze im Profiteam kommt der der 19-Jährige allerdings bislang nicht hinaus. Gerrits ist aber natürlich auch ein Trainer, der jungen Spielern gerne auch mal Chancen gibt. Ich fand zum Beispiel Tops Auftritt in Nürnberg wirklich gut. Da war er für mich überzeugend, den Ball abschieren, den Ball festmachen, hat mir da schon deutlich besser gefallen als zum Beispiel Sebastian Polter. Sollte jetzt zum Beispiel gegen Elversberg Karamann nicht gespielt haben, wovon ich jetzt zur Zeit von der Videoaufnahme zumindest mal ausgehen könnte. Fände ich sogar mal spannend, Top in der Startelf zu sehen. Und deswegen ist das vielleicht auch in dem neuen System mit Doppelspitzen eine ganz gute Perspektive für Top, der auch einfach dringend Spielpraxis auf diesem Niveau braucht. Und das ist auch einfach jetzt der nächste logische Schritt. Wenn er dies allerdings nicht bekommt, dann wird er gehen und darüber müsse sich auch dann auf Schalke keiner wirklich wundern. Der Ausgang ist aber Stand jetzt hier noch offen und wird ganz klar vom weiteren Saisonverlauf abhängen. Im neuen System von Karel Gerrits kann sicherlich auch Thomas Auwian besser funktionieren als linker Schienenspieler im Vergleich eben dann zuvor als klassischer linker Verteidiger. Bislang kommt er ja in seinen ersten zwölf Zweitligaspielen in dieser Saison auf starke zwei Tore und drei Vorlagen. Also die Werte, die sind auf jeden Fall gut. Der 27-Jährige ist auch endlich wieder topfit. In den vorherigen anderthalb Jahren hat er immer wieder Probleme gehabt. In der aktuellen Zweitligasaison aber so gar nicht. Er kann regelmäßig spielen und muss sich aber trotzdem in Form auch defensiv weiterhin steigern. Im letzten Sommer und auch im letzten Winter gab es ja hier bereits Abgangsgerüchte. Und somit ist das auch hier eine wirklich schwierige Personalie. Weil ich kann mir zum einen vorstellen, dass schon beide Seiten irgendwie daran interessiert sind, weiter zusammenzuarbeiten. Erst recht bei diesem System mit Dreierkette. Vor allem auch dann, wenn Auwian sich dort wieder festspielen sollte. Auf der anderen Seite hat er vor der Verletzung von Tobias Mohr unter Gerrits auch zweimal nicht gespielt. Im Pokal und beim Heimsieg gegen Hannover. Auch das war wiederum ein kleines Zeichen. Und mein Bauchgefühl spricht deswegen auch im Gesamtpaket auch bedingt durch die Gerüchte im Sommer eher gegen eine weitere Zusammenarbeit. Der elfte Spieler mit auslaufendem Vertrag ist Simon Terodde. Nach jeder Saison will sie ja nun der Verein mit dem Spieler zusammensetzen und ganz genau darüber besprechen und auch diskutieren, ob es auf sportlicher Ebene weitergeht. Denn eigentlich war ja Teroddes Zeit auf Schalke nach der abgelaufenen Saison vorbei. Eine durchaus erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg, mit dem fast geschafften Klassenerhalt. Und dann wollte eben auch Terodde mithelfen bei der Mission Wiederaufstieg. Auch Schalke war sehr froh darüber, Terodde erhalten zu können. Bislang ist es allerdings sportlich noch nicht ganz so gut gelaufen. Und auch deswegen wird es durchaus interessant, wie diese Entscheidung am Saisonende ausläuft. Denn Terodde hat ja seinen Vertrag letzten Sommer verlängert mit der Option auch auf weitere Jahre. Aber es wird eben nach jeder Saison entschieden, ob es weitergeht oder nicht. Das wird auch sicherlich erst im nächsten Kalenderjahr passieren. Bis dahin kann sich logischerweise auch noch viel ändern. Der Trend spricht aber aktuell eher gegen Terodde, finde ich zumindest. Vielleicht kann er aber als erfahrener Backup-Stürmer in Zukunft auch noch hilfreich sein. Denn auch hier gilt für mich, auf der Stürmerposition muss ich Schalke in Zukunft besser aufstellen. Mit Polter und Terodde ist das nicht optimal. Vielleicht wird sich Keke Top in der aktuellen Saison dort durchsetzen. Oder man muss im nächsten Sommer nochmal irgendwas dazwischen kaufen. Einen Anfang-Mitte-20-Jährigen dazuholen. Vielleicht daneben einem erfahrenen Terodde und einem jungen Top. Das könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Ansonsten wäre eben auch für Terodde die Mitarbeiterrolle durchaus vorgesehen. Auch das ist gut vorstellbar. Aber ich bin sehr gespannt, wie es mit Simon Terodde in der laufenden Saison noch so weitergehen wird. Bei diesen ganzen Personalien, 11 an der Zahl, kann man logischerweise auch mal schnell den Überblick verlieren. Und deswegen habe ich das hier jetzt nochmal grafisch dargestellt. Verbleib, ja oder nein? Ganz klar, beim Verbleib bin ich wiederum bei Spielern wie Kabadahy und Langer. Aufgrund von verschiedenen diskutierten Themen. Fraglich sind für mich vor allem auch die Personalien Drechsler, Top und Terodde. Als Abgänge sehe ich dann wiederum schon Brunner, Latzer, Idrissi, Kaminski, Tauer und Ovejan. Und somit sieht man auf jeden Fall, dass auf Schalke wirklich viel zu tun ist. Und unabhängig vom Saisonausgang, wie es also sportlich ausgehen wird, ob vielleicht doch noch das komplett fatale Szenario Abschick in Liga 3 oder irgendwie Zweitliga-Verbleib oder doch noch der Bundesliga-Aufschick eintritt, klar ist, der nächste Umbruch steht auf jeden Fall bevor. Und vor allem beim Verbleib in der zweiten Bundesliga hätte man dann aber auch eine Chance, die Mannschaft zu verjüngen und doch besser für die Zukunft aufzustellen. Und da muss man eben auch dann sachlich gute Entscheidungen treffen. Und jetzt seid auf jeden Fall auch noch ihr gefragt. Welchen von diesen Verträgen würdet ihr bei Schalke verlängern? Mit wem möglicherweise auch nicht? Und auf welchen Verein sollen wir in diesem Format auch nochmal ganz genau drauf schauen? Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Wir werden sicherlich auch dieses Thema bei Schalke nochmal im Februar, März, April um den Dreh updaten und dann nochmal darauf schauen, wie die Tendenzen aussehen. Ich fand es aber auch jetzt zum Zeitpunkt schon mal ganz interessant zu wissen, welche Verträge auslaufen und wo es eben auch wichtig ist, dass die Spieler natürlich auch dann sportlich im besten Falle weiterhin überzeugen werden. Also eure Meinung zum Video gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.